Hallo und Servus liebe Freunde, ich bin Sale und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dishonored. Wir sind in der letzten Folge aus dem Gefängnis geflohen und müssen jetzt in die Kanalisation. Dort gehen wir jetzt hin, es ist nicht weit weg, 14 Meter, 12, 10, 9, 8, 7, 6, bla bla bla, 5, 4, 3, 2 und 1, so, da können wir nicht das Schlüsselloch gucken, aber wir können die Kanalisation begehen, ne, zur Kanalisation begeben, ah, wir können im Gefängnis bleiben oder in die Kanalisation gehen, ich glaube, gibt es da noch was zu tun, ne, da wird es auch nichts zu tun geben, ich denke, wenn wir da irgendwie, da können wir, ah, da können wir durch, ah, okay, dann gibt es hier irgendwelche Geheimnisse, die wir uns schnappen können, hier rüber, okay, klettern können wir, ne, aber da wird doch nichts mehr sein, oder? Oder haben wir da was übersehen? Kann mir nicht vorstellen, dass man da noch, ah, okay, da können wir da oben hat uns gesehen, ja, ja, schickt Männer hier hinunter, nein, 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 so, wir wollen jetzt nicht künstlich Spannung anbauen, haha, und uns vielleicht noch schnappen lassen oder sowas, ja, da verliert mich, oh, da kommen tatsächlich welche, haha, das tun wir uns nicht an, krass, die haben jetzt echt noch Leute geschickt, das hätte ich nicht gedacht, Kanalisation von Dunwall auf der Flucht, versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coltridge ermöglicht, wenn du den Fluss Rainhaven erreicht hast, wollen sie dir bei deiner nächsten Aufgabe helfen, flieh aus dem Gefängnis von Coltridge, flieh in die Kanalisation, Häckchen, Kanalisation von Dunwall, okay, eine unzerstörbare Tür, haben wir eigentlich, ja, haben wir, ich dachte ja schon, wir hätten keine Waffen, oh, лин, wenn du keine Hände hast, dann hätt ich mich auf der Flucht geschützt, wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen, halt's Maul, sieh dir das mal an, hier unten war jemand, vielleicht die Bottle Street Gang, pass auf Sprengfallen auf, so wie es aussieht, könnten hier welche sein, gut, mit etwas Glück, erwischt Corvo eine, hast du Angst, erst Zirconia, da leben nur Kaufleute und Huren, Frischlinge wie Ah, okay. Haben wir also auch noch Leute stationiert? Notiz eines Freundes. Lesen. Die dürfte an uns sein. Corvo. Wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coltridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Oh, sehr gut. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Danke, Freund. Eine unzerstörbare Tür können wir nicht öffnen, denn sie ist verschlossen. Ach, die ganzen süßen Ratten. Findet ihr Ratten eigentlich eklig? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich glaube, viele Leute finden Ratten eklig. Ich finde Ratten gar nicht eklig. Die sind auch sahenmäßig intelligent. Aber natürlich, diese wilden Ratten wie hier in der Kanalisation können durchaus sehr gefährlich sein. Vermutlich zu einem Großteil auch wegen ihrer Intelligenz. Sie können, glaube ich, auch ziemlich gut angreifen. Wo sind denn hier unsere... Ach, hier sind die. Splatter, splatter, splatter. Und die nagen die bis auf die Knochen ab. Pui. Das macht ihr hoffentlich nicht mit uns. Ein roter... Kein roter Knopf, nur ein rotes Licht. Was ist das? Ein rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. Ah, gut. Hier sind wir in Sicherheit vor den Ratten, weil wir nicht in diesen Bereich reinkommen. Sogar gut, dass wir diese Tür nicht öffnen können. Sehr, sehr gut. You cannot kill the rat plague. Rats are eating our babies. Okay. No one will keep us from death. Das hört sich gar nicht gut an. Äh, Barrow Street. Oh, da haben wir nochmal mehr Ratis. Haben wir hier, haben die hier da. Können wir da die Kunst der Stunde nutzen und vielleicht hier auf die andere Seite klettern? Ist ja ganz praktisch. Sehr gut. Na, dann macht hier mal hier euren Job. Warten. Und ich mach meinen. Tschüss. Sehr freundlich. Bestimmt auch, äh, hier riecht es auch bestimmt sehr lecker. Und das Wasser schmeckt bestimmt auch gut. Deswegen tauchen wir hier auch so gerne. Warum denn auch nicht, ne? Alles super. Ist ja, Kanalisation. Kanalisation in einer verseuchten, äh, Welt hier, wo sowieso irgendwie eine, äh, Plage, eine Krankheit ausgebrochen ist. Alles kein Thema. Kein Thema. Lecker Wasser. Lecker Kanalisationswasser. Also haben wir noch was. Versteckte Ausrüstung, 58 Meter, sagt er. Und dann wollen wir da langsam hin. Ähm, ich hab diese Passage ja schon mal gespielt, wie gesagt. Und ich weiß, dass hier irgendwo so Fallen sind. Und mal gucken, dass ich die nicht, äh, noch zufällig auslöse. So, da haben wir ein Kurbelrad, das wir gleich drehen dürfen. Ähm, hier unten dürfte nichts sein. Können wir dann wieder hoch? Machen wir das einfach mal. Vielleicht ist ja doch irgendwo was versteckt. Ich weiß gar nicht, wie das, äh, ihr in diesem Spielzug gehandhabt ist mit Collectibles und so. Beziehungsweise eine Sache weiß ich, die kommt dann bald. Aber ich weiß nicht, ob da nicht noch mehr irgendwo versteckt ist. Ähm, so, die Leiche können wir tragen. Können wir wegtragen. Fallen lassen. Und dann drehen wir mal das Rad. Halten F. Na, war. Hm, okay. So, so. Ach, guck mal eine an. Belegung. Ähm. Aschenbecher. Dosen. Aber wir haben jetzt, äh, volle Energie. Also können wir nichts essen. Beziehungsweise müssen nicht. Dann machen wir das auch nicht. No dumping allowed. Drain to the Renhaven River. Aha. Dann machen wir, oh, okay, okay. Okay, die werfen ja also Leichen rein. Und die Ratten entwickeln sich hier munter weiter. Und die freuen sich immer hier auf neue Beute. Ähm. Und ich hoffe, wir können hier durch und rüber und dass uns die Ratten nicht erwischen. So, Moment mal, sind wir da safe? Sind wir da weiter weg? Ich mach' hier schnell rauf. Oh, ein bisschen Gänsehaut habe ich. Leute, Leute. So sehr ich Rattenliebe, möchte kein Opfer von ihnen sein. Ähm. Und dann weiß ich auch schon, was wir machen müssen. Wir, äh, ködern die da mal ein bisschen. So, habt ihr das gesehen, Ratten? Komm, komm, komm. Komm, da liegt ne Leiche für euch. Komm, na. Äh. Äh, ist das für die zu weit weg? Sollen wir nochmal hier eine platzieren? Zack. Ah, sehen sie beide. Ha. Wunderbar. Und jetzt nichts wie hier, äh, können wir hier was? Ach, hier. Okay. Cool. Okay, die sind dann noch beschäftigt, so wie es aussieht. Nichts wie hier weg, oh Gott, oh Gott. So, den Beutel nehmen wir mit. Die Ratte lassen wir mal da. Essen haben wir. Irgendwann, so dass wir volle Energie haben. So, da ist kein Durchgang. Also befolgen wir mal die Anweisung, die vorhin, beziehungsweise gerade eben am Bildschirm stand. Und machen das auf die Kohle in die Jones Art und Weise. Nicht mit F daneben stehen. Nein, nein, wir springen rüber. Können wir eigentlich auch schwingen? Äh, nein. No one will keep us from death. You cannot kill the rag blade. Kennen wir schon. So, irgendwelche Feinde? Nein. Äh, hier haben wir so eine Falle. Habt ihr die gesehen? Kupferdraht nehmen wir. Da gibt es immer Münzen. Münze. Das können wir nicht nehmen. Äh, verfaulte Birnen esse ich sowieso nicht. Gut, dass das dabei steht. Nicht, dass man da sich irgendwie noch hier den Tod wegholt. Durch diese ganzen komischen Lebensmittel. So, nochmal Kupferdraht. Für Münzen. Naja, Kupferdraht ist einiges wert. Ähm. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man die... Ich möchte da jetzt nicht unbedingt drauf schießen. Na, um da... Mal auslösen. Ah, so geht das. Cool. Sehr gut. Muss also nicht rein stolpern, sondern mal schön auslösen. Upsa. Ah, das hat uns trotzdem Energie abgezogen. Na dann, äh, essen wir doch mal ein paar Döschen. War da nicht? Ne, war nicht. Äh, unten waren Dose, ne? Ah, da kriegen wir bestimmt was. Verfaulte Birne möchte ich trotzdem nicht essen. Wenn wir Glück haben, ist das sehr fair aufgebaut. Von der Map her. Und wir kriegen hier nochmal... Ah, gut. Gesundheit-Elixier. Ein Beutel mit 50. Und dann nur eine 5er. Und eine 10er. Und naja, man hat alles mal mitgenommen. Ähm. Ah, die geht ja gar nicht zu Bruch. Doch. Weiter unten schon. Da haben wir einen Todenkopf. Nichts sonst, was wir irgendwo einsammeln oder sehen können. Ne. Ah ja, hier geht's hoch. Mach's schon Sneaky. Äh. Okay, da ist wieder so eine Vorrichtung. Ich glaub, das sind solche Explosionsprojektilwerfer. Ja, genau. Ah, Brandbohr auch cool. Wir haben ja also aus diesem Projektilwerfer die Bolzen entnommen. Ich hab auch schon eine Vermutung, wofür die brauchen werden. So. Hier runter. Da oben ist denke ich nichts. Ah, ein Beutel mit Geld. Natürlich geil. In der Kanalisation, dass da überall Kohle rumliegt. Und ein bisschen Walfleisch. Bisschen Energie aufpeppen. Ähm. Ähm. So. Ah, voll die coolen Poster. The Hound Pits. Das könnte ich mir auch so aufhängen. Schaut echt geil aus. Ja, der ganze Stil ist echt gut. Habt ihr sehr schön gemacht. Beth ist da. Beth ist da. Auch nur eine Flasche. Erde Flasche. So. Also, hier sind wir ziemlich safe, denke ich mal. Diese Falle haben wir ausgelöst. Es gibt auch doch irgendwo. Ach so, ja. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Dass wir da so ewig geil rumsliden können. Mit Anlauf und Ducken. Voll cool. So. An den kaiserlichen Schutzherren. Das dürften wir sein. Ähm. Einen kaiserlichen Schutzherren. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für Sie aus den feinsten Materialien der Inseln hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Renhaven führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Geil. Oh ja. Oh ja, meine Armbrust. Haha. Spezialausrüstung. Dü, 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 ja. Das sieht jetzt immer cool aus. Das schwere ist geil. Ein schönes Klappding ins Kirchen. Ähm. Drücke J, um zu erfahren, wie du die Schnellauswahl verwenden kannst. Machen wir gleich. J. Waffen und Kräfte ausrüsten. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, um die Schnellauswahl zu öffnen. Wähle aus, welchen Ausrüstungsgegenstand oder welche Kraft du in der linken Hand ausrüsten möchtest und lass die mittlere Maustaste los, um die Auswahl zu bestätigen. Du kannst einer Waffe oder Kraft einen Hotkey zuweisen, indem du sie in der Schnellauswahl anwählst und in der Schnellzugriffstaste drückst. Es gibt 10 Schnellzugriffstasten, die du im Optionsmenü neu festlegen kannst. Also 1 bis 0 sind 10. Ähm. Wenn du den Schnellauswahl anwählst. Ah ja, okay. Ah, okay. Ich kann da direkt anwählen und dabei währenddessen eine Taste drücken. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm. Probieren wir gleich mal aus. Das ist die Schnellwahl. Da haben wir eine Ambrus mit Ambrusbolzen. Einen Brandbolzen. Das ist der, den wir gerade vorhin da aus dieser Falle geholt haben. Ähm. Betäubungsbolzen sehr cool. Drei Stück. Ähm. Und die sind hier eh alle schon unten auf die Hotkeys gelegt. Wenn ich halt nur, äh, die Symbole schon alle. Also die normalen sehen so aus. Die Brandbolzen haben da so ein bisschen, ja, nennen wir es mal Feuer drumherum. Und die Giftigen haben also einen Widerhaken. Betäubungsbolzen. Haben einen Widerhaken. So. Rüste ich mal die normalen aus. Mit der rechten Maustasse werden wir wahrscheinlich wieder Feuer. Mit der linken haben wir unser Schwert. Ich möchte mal schnell eben halftern, weil es so geil ausschaut, wie das das Schwert rausholt. Und, ja, aber ich habe hier gleich schon mal, ah ja, okay, ich muss mir das merken. Auch wenn er die Waffen gerade nicht zur Hand hat. Wenn ich Mausriedchen drücke, schalte er eins weiter. Da haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Nehme ich nur mal schnell mit, weil wer weiß, ob da nicht zufällig was drunter ist. So, kein Dumping. Dumping Preise verboten. Ähm, Hemlock Essenz. Das ist also Geld wert. Nehmen wir mit. Äh, eine unzerstörbare Tür, die wir aufschließen können. Hm. Ah, ich habe tatsächlich, ja, ich dachte jetzt schon. So, der hat hier ein bisschen Kohle dabei. Die armen Leute immer, wie kommen die denn alle überhaupt hier hin? Der scheint ja unverletzt zu sein. Ist der vielleicht dann der Krankheit verendet? Schon abgefahren eigentlich. Ich glaube jetzt, äh, ja, drücke C, um beim Sprinten zu rutschen. Ah, komm, das lassen wir uns nicht entgehen. Da machen wir jetzt mal einen coolen Move. Aha. Aha. Unter der Falle durch. Wir sehen wir aber trotzdem nochmal aus. Schäupt ein paar Draht. Ah ja, wunderbar. Das ist gut. Eine Dose Waldfleisch. Jellys Anteil lesen. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Auf Wiedersehen. Ähm. So, Tresor und denke an den Whisky. Whisky. Ah, komm, können wir die hier mal fein ablegen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht einfach die Regale ein bisschen umräumen? Zack, und hier drauf? Nein, mal alles kaputt. Äh, 4, 5, 1. 1, 4, 5, 1, zack. Wunderbar. Ein Juwelenkästchen. 50 Münzen. Okay. Wird sich hier nicht mal... Also in der B. da ist die Währung hier hoch im Kurs, ne? Für ein Juwelenkästchen 50. Oder es waren irgendwie so Kaugummiautomatenjuwelen. Ähm, Projektilwerfer, da haben wir nochmal einen Brandbolzen ergattert. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ähm, hier kommen wir nicht durch. Da müssen wir vermutlich hier hoch. Äp. Jawoll. Oh. 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 Oder was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hab die Flasche genommen. Die halt, äh... Das stinkt wie ein toter Weiner. Ja, das glaube ich, dass das stinkt. Ähm, um die ein bisschen abzulenken. Aber da steht jetzt, äh, das Elixir nehmen. Den muss ich mal ausprobieren. Ob der zuerst die Flasche wirft. Ah, cool. Oh, das ist sehr gut. Haben sie so schlau gemacht. Komm manchmal nachts her, um zu sterben. Überschwinden einfach im Wasser, und das war's. Das seht ihr nicht, ne? So, dann lassen wir uns erstmal... Hier haben wir nichts übersehen. Dann lassen wir uns fallen. Äh, ja. So, ist da jetzt was drunter? Wo die Jungen hier drin? Hm. War nicht unbedingt das, äh, was ich wollte. Nein, nein. Nein, nein. Niemals. Können wir den... Können wir checken mal, wo die anderen sind? Ah. Dann drücke J, um zu erfahren, wie dein Falkenangriff stand da. Äh, der Falkenangriff. Lasse dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke die linke Maustaste kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Cool. Also, hüpfen und dann, äh, linke Maustaste kurz bevor ich, oder? Stand das da kurz bevor ich? Oh, nee. War das jetzt schon der Falkenangriff? Ja, sieht so aus. Aber, oh, nicht, dass da wieder der nächste gleich da ist. Verdammt. Weil wir ihn irgendwie ab. Ist natürlich auch sehr unüberlegt. Einfach, äh, gleich das gemacht hat. Anstand. Sealed by order of the city watch. Okay, warning pestilence. This facility has been condemned. Enter on penalty of death. Okay. Ähm, ist mir jetzt wurscht. Ich geh rein, wohin ich will. Todesstrafe, egal. Ich bin doch eh schon zum Tode verurteilt. So, ich sehe, dass die Folge eigentlich vorbei ist, aber, ähm, komm, da wollen wir nicht so sein. Wir wollen jetzt nochmal zu unserem Freund, der da irgendwo auf uns wartet. Der scheint ja auch nicht so weit weg zu sein. 110 Meter. Hopp, 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 hopp. Nicht. Kann ich da nicht irgendwo... Kann ich den nicht von oben irgendwie überraschen? Das wäre eigentlich ziemlich cool. Äh, okay, nee, hier ist kein Durchgang. Kann ich über diese Bretter rüber ducken. Der Schini nehmen wir mit. Hihihi. Du wüsst ja doch gar nicht, was auf euch zukommt. Höh, 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 höh. Ungeziefer. Hm. Was war das? Nichts. Äh, einmal Betäubungsbolzen. Hey, kann ich heute deine Elixieration kaufen? Psst. Höh, du kleines Dreckstück. Damit meinst du nicht mich? Nein, nein, nein. Ha! Und ihr werdet betäubt? Mieser, dreckiger Abschaum. So, unser Falkenangriff, sehr cool. Ha, jetzt haben wir die ersten, die ersten Stealth-Aktionen richtig geschafft. Sehr geil. Ähm, da habe ich, glaube ich, hier auf 2, die normalen Wolzen. Will ich vielleicht nochmal einen machen. Da ist doch noch ein Asi. Naja, komm, dich machen wir normal. Komm, komm. So, Gegenangriffe. Aber wir haben nämlich jetzt erfolgreich geblockt. Das heißt, ich das erste Mal, okay. Du hast einen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Drücke jetzt die linke Maustaste, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Jawohl, Sir. Bäm. Wir wollen ja gar keine Spuren hier hinterlassen. Da ist doch noch der betäubte irgendwo. Beute nehmen. Ah, die paar Münzen, die sie dabei haben. Ach, die armen Schweine, die machen ja auch nur jeden Job eigentlich. Obwohl, das war eigentlich nur ein Betäubungspall bei dem. Scheiße. Mö, jetzt erträgt er auch noch. Kann ich den. Sollen wir so nett sein? Sollen wir so nett sein? Geht das überhaupt noch? Nee, es geht gar nicht mehr. Huch, nein. Ich muss nicht unbedingt in seinen Arsch reinschwimmen. Äh, Samuel 93 Meter. Komm immer näher. Ah, ein bisschen frisches Wasser. Kann man ein bisschen von diesem Kanalisationswasser abwaschen. So, haben wir hier noch Feinde? Ah, da oben, da, der heißt sowas. Da leuchtet es doch rot. Sehr schön, ein Haltrang. Dürfen wir jetzt eigentlich einige schon davon haben, oder? Kommen wir mal ins Inventar. Sechs Stück. Sehr, sehr schön. Da sind wir jetzt quasi unbesiegbar. Ah, hier scheint es schon noch draußen zu gehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Achtung, Bürger von Dunburg. Oh, okay. Der Antentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das verschwindende Kontrolerbe Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Ja, die Durchsage, die haben schon ein paar Mal gehört, habe ich trotzdem mal laufen lassen. Also, äh, nicht dazwischen gelabert. Oder so ein bisschen durcheinander, glaube ich, wenn ich gleichzeitig labere, während ein anderer spricht. Das sind ja zwei gleichzeitige Informationen über den gleichen Kanal sonst. Also, über den Sprachkanal. Das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Äh, ja, Samuel, 20 Meter. Corvo, hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Hi. Boah, guck mal, fetten Wahl an da hinten. Krass. Weil die scheiden hier, in dieser Welt scheinen die nicht vom Ausstellen bedroht zu sein. Irgendwie hier so, äh, gegessen, gefangen, keine Ahnung, was die da noch draus machen. Ich glaube, die machen sogar noch mehr draus als nur das. So, der hat ein ganz schön stylisches Boot dabei. Unser Samuel, beziehungsweise Samuel, wie er sich selbst nennt. Hier haben wir nichts übersehen. Dann, liebe Freunde, wir fahren Boot in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, da wird man euch loben. Gerne auch ein Abo dalassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.